Frankreichs Maximalisten gegen Paraguayes Minimalisten, der Kipp-Tricolor fehlte noch immer, der gesperrte Zidane. Trotzdem Einbahnstraßenfußball, Frankreich gegen Chilavert, den schillernden und etwas verrückten Diomed bekam eine Vorstellung, weshalb Paraguayes Defensive mit Chilavert erst ein Türchen zugelassen hat. Chilavert hält sich schlicht für den Stolz seines Landes und hier der Absender Djokaev. Henri und Trezeguet gegen Paraguay neutralisiert. Cardoso hielt Bades wach, ansonsten Paraguay prinzipiell mit einer Catenacho-Version. Der junge Henri, zarte 20, noch nicht so abgezockt wie heute bei Arsenal. Der Psycho-Thriller ging nach dieser Aktion in die Verlängerung. Dann bröckelt er, plötzelt der Beton, Pires. Pires sucht, findet Trezeguet und der Laurent Blanc. Der Abwehrchef Laurent Blanc mit dem ersten Golden Goal in der WM-Historie gegen Chilavert, der selbst schon 40 Tore geschossen hat. Frankreich erlöst, frustriert, am Ende natürlich Chilavert, seliger Bades. Respekt zueinander.